Hier noch ein paar Beispiele zum Üben für euch zum Thema Säulendiagramme mit Prozenten erstellen. Viel Spaß! Zur Erinnerung, so sieht ein Säulendiagramm mit Prozenten aus. Das kommt euch vielleicht aus dem Erklärvideo bekannt vor. Hier seht ihr ganz schnell und anschaulich, wie viel Prozent jeweils die Partei bei einer Wahl bekommen hat. Die Partei A zum Beispiel hat 40 Prozent bekommen. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wie man so ein Diagramm erstellt, dann schaut vorher unbedingt im Erklärvideo vorbei. So, jetzt seid ihr dran. Bei einer Befragung haben 20 Prozent angegeben, dass sie Apfelsaft trinken, 30 Prozent, dass sie Orangensaft trinken, 25 Prozent, dass sie Multisaft trinken und der Rest, dass sie keinen Saft trinken. Stelle die Daten in einem Säulendiagramm dar. Wir starten damit, dass wir links eine Achse erstellen, auf der wir die Prozentzahlen eintragen und unten eine Achse, wo wir eintragen, worum es genau geht. Also in unserem Fall darum, ob die Befragten Apfelsaft, Orangensaft, Multisaft oder keinen Saft trinken. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist es, die Säulen einzuzeichnen. Wir legen los mit dem Apfelsaft. Wie viel Prozent trinken Apfelsaft? Genau, 20 Prozent. Das heißt, die Säule beim Apfelsaft muss bis zum Wert 20 Prozent hochgehen. Genauso muss die Säule beim Orangensaft bis zum Wert 30 Prozent hochgehen. Und die beim Multisaft bis 25 Prozent, weil ja 25 Prozent Multisaft trinken. Und wie groß ist der Rest, der gar keinen Saft trinkt? 20, 30 und 25 Prozent sind zusammen 75 Prozent. Das heißt, die restlichen 25 Prozent trinken keinen Saft. Wir müssen die Säule also bis 25 Prozent machen. Und schon haben wir es. Nächste Aufgabe. Von 80 Leuten haben 12 angegeben, dass sie eine Katze als Haustier haben. 28 haben angegeben, dass sie einen Hund haben. 16 gaben an, dass sie einen Hamster haben. Und 24 hatten kein Haustier. Stelle die Werte in Prozent in einem Säulendiagramm dar. Damit wir das jeweils in Prozent darstellen können, müssen wir erstmal wissen, wie viel Prozent denn jeweils welches Haustier bzw. kein Haustier haben. 12 von 80 haben eine Katze. Und 12,80 sind 0,15, was 15 Prozent sind. Genauso findet man auch heraus, dass 28 von 80, also 28,80, 0,35 und damit 35 Prozent sind, die einen Hund haben. 16 von 80 haben ein Hamster, also 16,80, das sind 20 Prozent. Und 24 von 18 haben kein Haustier, das sind 30 Prozent. Die ganzen Werte müssen wir jetzt nur noch als Säulen im Diagramm eintragen. Links kommen wieder die Prozentwerte hin und unten die verschiedenen Haustiere, um die es geht bzw. die Option kein Haustier. Der Balken bei den Katzen muss bis 15 Prozent gehen, weil ja 15 Prozent eine Katze haben. Der bei den Hunden bis 35 Prozent. Der bei den Hamstern bis 20 Prozent. Und der bei keinen Haustieren bis 30 Prozent. Schon habt ihr auch hier ein super übersichtliches Säulendiagramm. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unsere Website. Da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!